Was ist mit den ganzen Leuten jetzt hier noch? Toilette. Why? Ist das auf der Toilette? Okay. Jo, ich glaube wir sollten uns beeilen. Bestimmt mal schön hier drin. Oh, schade. Das hätte ich gerne in den Tocht gesehen. Okay, Fudo. Nein! Aua, schade. Ich glaube wir haben sie nicht. Ich glaube wir haben sie nicht. Oh, da haben wir es mit einer Terrororganisation zu tun, die sagt okay unsere Körper sollen nur... ...was zum... ...soll nur uns gehören. Nein, ein Foto machen. Zeitschieß. Ja, aber das war Mord. Ja, ja, kein Stress. Ah, das könnte mit der Explosion basiert sein. Hahaha, okay. Okay. Okay, wir brauchen mehr Leichen. Ach, da. Okay. Okay. Moving on to Reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here full stop, understand? Okay. Ja, aber was bringt uns die Reconstruction, wenn wir unsere Opfer nicht haben? Naja, wir müssen auch da hinten. Kann ich da rein, ohne dass ich Schaden krieg? Ja. Okay, let's go. Oh. Oh, shit. Boss. Don't worry. I'm sure everyone here can afford you body. Fuck them. I was talking about the blues. Hahaha. Okay. Und schon mal. Hier. Was ist hier interessant? So weit. Was? Ach, da. Safe. Ach, stimmt, ja. Er ist hier drin. Ja, das ist tatsächlich... ...berechtigt. Okay. Also mal hier. Hinknien. Komplett verkohlt. Ja, das hat bestimmt trotzdem wehgetan. Okay. War hier nicht noch was? Nee. Ach so, nee. Ich hab hier das vergessen. Reconstruction. Autsch. Okay. Was haben wir hier? Röntgenmodus. Ey, Moment mal. Mach das nochmal mit dem Röntgenmodus. Oh. Oh. Okay, wir gehen weiter vor. Gehen die Bubble. Analisieren. Ob das mal was mit der Einflüssigkeit zu tun hat, die man beim Baumhaut, ne? Okay. Especially for people, who eat demmer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit goes under UV light, yeah, I think so. Okay. Lambe. Hier. Geht nach da hinten. Da, da, da. Nach oben. Oh, ich seh da noch ne Leiche. Oh, die waren hier oben. Ah, da sind wir jetzt zurück hier. Hm. Hier jetzt irgendwas. Da. Da war mal was. Da, wir hätten. Hm. Scarf? Ich habe diese Art von einem anderen. Du kennst, von der Bildung. Von der Speed-Kamera? Uh, es ist ein Scarf. Aber, ja, in Wahrheit. Um, Jane Salma hatte eine andere. Eine andere? Identical? Uh-huh. Aber, es ist nur ein Scarf. Außerdem, es gibt keine Signale von Salma. Nein, noch nicht. So, wenn wir rünken, was haben wir bei dir? Hm, überhaupt nicht soß. Äh, Moment, 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 Moment. Oh, hey, das ist ein bisschen teuer. Oh, okay. Wegen, malheureusement. Ja, natürlich. Die Profite werden 50-50 aufgeteilt. Bis zum Jahr 2-3-50 müssen die Körpernutzungen um 15-20% steigen. Vorschlag, Anstieg von 1-1,5% von Jahr... Das ZDFB könnte eine 5%ige Gebühr auf alle Gebote akzeptieren, aber nur... Mh... Die Nämlichkeit von der sozialen Wahrnehmung an der Wirtschaft wird gesetzt. Zur Herabsehung des Alters für kostenfreie Körpernutzung 19 Jahre ab dem Jahr 2-3-70 in Betracht gezogen. Die kommenden 30 Jahre werden zeigen, ob dieses Alter auf 18 gesenkt werden kann. Mh... 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 Ihr versteht es ja so, dass man dann kostenlos einmal den Körper wechseln kann. Oder versteht da grundsätzlich was falsch an dem System jetzt gerade? Hm. Untersuchen. Die Luftwaffe. Damn. Also geht es noch weiter hier. Oder auch nicht. Ich will die Hände... Achso, nee. Ich muss schon hier die Rekonstruktion machen. Ups. Moin. So. Was ist das, was Interessantes? Moment. Was ist das genau? Halt. Analysieren. Da oben. Okay. Weg mal los. Oh. Von da oben. Ah, so stand der Mörder da oben. Da. Was meinst du, der ist nicht tot? Oh, dann wäre das hier schon mal ein richtig guter Hinweis. Ich glaube, der ist nicht... So, lass mich schneller zurück. Hier? Nee, oder? Wir sind da schon wieder runter. Gehen nochmal ins Gelbe. Nee. Ich will das mal hier oben reingehen. Okay, ich zeig mal. Ja, schaut's nochmal. Das ist doch, glaube ich, wieder beeinflusst so. Er ist am... Wobei, die Ex-Person ist doch schon im Hauptgehen, oder? Hm. Von da unten. Aufgespießt durch die Ex-Person. Ja, und dem da hinten. So, Hinweise. Analysieren, bitte. 360 Stundenkilometer. Der läuft. Okay, mehr. Ja. Hier drin. Aber was... Ah, das hier. Ja. Ja, warum wohl? Ich glaube, hier ein kleines Hubsi. Okay, wir gehen weiter nach... Boah. Echt? Ah, ja, stimmt. Okay. Die ist die in... Bock-Tag. Was? Wir haben einen Agent hier drin. Wir haben ihn da drin. Wir haben ihn, der ihn erschossen hat. Der aber dann selber noch meine Kugel abkriegt hat. Von wem? Nochmal hier drin. Oh, der hat dann auch gekriegt. Das wird ja nicht er gewesen sein. Von wo? Äh, dunkel. Loot. Ja, dann. Lass mich nutzen. Dankeschön. Dankeschön. Aber nicht von oben, oder? Okay. Analyse. Doch! Oh, dann ist es vielleicht doch er da hinten gewesen und hat ihn getroffen und er wollte flüchten. Da runter. Und dann ist er halt... Von dem Metallteil getroffen worden. Shit. Er ist dann aufgestanden. Warte mal, ich glaube, ich muss jetzt wieder hier rausgehen. Wenn man das wieder richtig macht. Was jetzt? Was willst du da von mir? Ach da. Ich war der Beinverletzung. Schusswunde. Okay. Let's see where he jumped from. Okay. Einmal da drauf. Die Launch. Da war die nächste Leiche. Oh, und Koffer. Mit Error. Wieso konnte ich hier nichts machen? Das ist doch so offensichtlich. Warum? Oh, komm schon. Okay. Bubble an. Oder muss ich schon runtergehen? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Nee, das muss oben sein. Habe ich jetzt mal den allerersten Bug hier? Hm. Würde gerne in den Koffer hier reingucken. Ah, da. Wow. Oh. Erster Schuss, zweiter Schuss. Einmal in die Brust, dritter Schuss. Auf die Schüsse. Ja, wobei, das sind auch zwei Schüsse für ihn, zwei Schüsse für den anderen. Hm. Das ist noch ein Beweis hier. TK irgendwas. Und ein Koffer mit Error. Ah, okay. Modus. Von da hin? Von unten? Hm. Hm. Wir haben also den Dude da hinten. Rekonstruieren. 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 Das war nicht er, der geschossen hat. Nee. Kommt von da unten. Und dann hat er angefangen zu schießen. Oh, er hat geschossen. Oder jemand von... Na. Von weiter hinten. Was hast du jetzt hier noch? Na ja, mal analysieren am Kopf. Ich bin's denn nicht. Wie? Hast du zurückspulen, wo er noch intakt war? Ah, alles klar. Ah, Flugmann der Kugeln. Warum ist das hier noch ein Marker hier? Gibt es an der Bar noch Spuren? Geht doch mal. Hat's das? Das hab ich mal vorbeilassen. Rekonstruieren. Gehen wir weg da. Kommt da nicht hin. Also von der anderen Seite. Ah. Löse. Nichts wie die Klassiker. Hahaha. Oh, Reconstruction. Wieso schießt der nach da oben? Irgendwas beeinflusst den. Also, wir spulen mal wieder. Hm, ich glaub, das hat irgendwas mit Green zu tun. Na, eben nicht. So, glaub ich, soll das nur wirken. Wobei... Moment. Ah, jetzt macht es Sinn. Er schmeißt es noch da oben. Explosion. Dann hier schießen. Okay. Okay. Weil er sich gedacht hat, der dreht jetzt hier voll durch. Und ist dann weg. Oh, das ist doch. Also, er hat sich nicht verletzt. Es ist einfach nicht notwendig. Es ist notwendig oder nicht. In der Ende, der Neon hat ihn. Was ist das? Was ist das? Ich habe das sehr schwer. Wir sind froh. Wir wissen, was sie sagen. Wir folgen den Blut. Ich habe das nicht gesagt. Sie hat schon so mit dem Retro, ne? Ah, hallo. Ah, okay, Blutspur. Wo sind wir hin? Da, schau mir mal. Ähm, welches genau? Ach so. Okay, analysieren. I think by then he'd lost his gun. Wo? Moment, Moment, Moment. Wo siehst du das? Also da wären es jetzt eine Waffe nur. Ne, halt, halt. Was haben wir hier? Ach, Dynamite. Glaub ich nicht. Okay, weiter vor. Was ist denn noch so ein Ding? Die tog Glycerin. Oh, war da was mit Absicht hier liegen lassen, damit das dann hier hochgeht mit Hitze und Kuh? Muss aber. Okay. Wo gehen wir hin? Was war das? Ah, hier lang. I guess. Aber lieber das Blut. Warum noch mal zur Bar? So, was haben wir hier getan? Ach, du. Wartig. Okay, hier ist noch mal rüberspringen. Jetzt hat er sich also vorher irgendwo angelegt gehabt. Was genau möchtest du, dass ich jetzt hier analysiere? Oh, ist das wieder irgendwie in so einem blöden Winkel, wo ich es nicht sehe? Hm. Ich habe halt hier eine Uhr, die da mitläuft. Nicht da rauf. Nee. Was? Soll ich scannen, mein Kollege? Ah, so kann ich vielleicht rauf. Nee, okay, geht nicht. Spiel, sag mir, was du willst. Das sind echt so dumme Momente. Was das ein bisschen nervig macht. Das ist alles uninteressant. Ach, da. Ach, wow. Hier war 45. Okay, Reconstruction. Ja, dann zeig mal. So, da rein. Und dann hat es geknallt. Dann einmal raus. Das Safe. Blick nach. Irgendwo da hinten. Ja, wo ist das Safe? Achso. Ja, klar. Okay, schauen wir mal rein. Wow, echt jetzt? Das heißt. Das ist ja nicht das. Das ist das. Die Universität uns mit ein Schwerchen ist. Wir müssen uns den Universität und das bessern. Es ist eine Karte. Da ist nichts drin. Aber ohne irgendwelchen Daten. Du hast Zeit. Ge aus dem, was es muss. Und fsel, unseres. Wait. Da ist etwas anderes drin. Da ist nichts. Da ist nichts. Okay, hier. Ähm, wohin? Ähm... Okay, wir müssen mal schauen. Werden haben wir hier hinten? Spiel. Hast du ihn gefunden? Welche Formen ist er in? Dirt. Nur ein Stade für die Großartig, wie ihn. Unfortunately. Er ist aus der Explosion. Warum war Kovalef so bereit, um zu töten zu töten? Er hat fast verloren, nicht er? Du kennst ihn? Warte mal. Oh, ja, ich sehe. Buy some time for the poor people. How? This is just his corpse. It's cold. The guy no longer feels anything. Shoot him through his Icarite. He'll suffer in his new body. And more importantly, he won't introduce more body taxes so soon. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. Ah, I see, why we should do it when we shoot. And maybe they should do it with us. Well, it must be another way. I don't do that. I don't do that. This isn't right. And what is right? Thousands of souls that will go to the memory bank. You can buy them time. Just pull the trigger. Nee. Machen wir nicht. Drei Mal. Nein. Das hat damit nichts zu tun. Come on. Fuck you. I'm nobody's puppet. Yes, you are. They own you. You. You moved it. Ah, James! Can you hear me? It's about to go down. I've got to get out. James, you have to get out of there. No, this is damn hard. Icarus is about to go down. What? Ah. Almost. Na so ein Zufall, dass das Auto da stand. Ich habe mich nicht so großartig auf eine großartige Hand und verdammt, dass ich richtig bin. Insofern der Tod, ich war vor kurzem und bereit für die Kase des Jahrhunderts. Hey, Chief. Hast du gehört, dass sie mit Leid serviert haben, Icarus? Ich habe nichts gehört, besonders nicht von dir. Weil du nicht da war. Hör, ich habe ein paar Beispiele. Das Ganze mit einem großen Kugel mit einem großen Kugel. Du solltest den Kugel der Green. Das war es. End des Liste. Fuck. Alles klar, du hörst und hörst gut. Wenn jemand fragt, ich habe nicht mit dir gesprochen, seit dem Erkrankung. Chief, komm. Nein, ich mache dich aus dem Kase. Steiner, raus. Ja, so einfach wird das nicht laufen. Oh, krass. Das sieht auch geil aus. Ach komm, du machst ja trotzdem weiter. Er hat kalte Füße bekommen. Ähm, er wurde... Ja, ich glaube nicht, dass er ein bisschen... Ähm... Steiner ist. Steiner ist versucht, seine eigene Kugel zu retten. Schrauben hinter den Regulatoren. Minimieren die Schmerzen. Nicht, um das Problem zu lösen. Ich dachte, er hat größere Kugel. Fuck. Ich habe etwas Neues jeden Tag, glaube ich. Ich habe auch etwas Neues. Ich habe nicht sicher, dass dieses Kase besser riecht, als ein zwei-Weck-lose-Korps in einer Sturmdrain. So viele Verwaltungen. Er war wirklich hinter dem alles. Ich weiß nicht, seinen Namen, aber ich kann schon wissen, was der Mann er ist. Ein Pseudo-Revolutionär. Ein verkommener Bonds. Tendiert zwischen Richter und Revolutionär. Ähm... Ich gehe mit dem... ...einen fucking Philosophie-Major-Dropout. Screaming about remaking society. Without even realizing, he's just covering up his own pathetic insecurities. Try to stop thinking about it. Try to back away. Shut it down. For one simple reason. Sarah hat nichts getan. Die Spur ist erkundet. Befehl ist bewählend. Ja, ich weiß auch nicht mal, was hier mit ihr passiert ist. Hm... Ich erzähle euch eine Sache für verdammt sicher. Wenn ich weiß, wo ich für diesen Prick... ...fucking nichts würde mich verhindern. Diese Stadt hat eine Krankheit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aufull nicht die ganze Nacht. Ich bin ein Föder. Ein Föder. Ich bin ein Föder. Ein Föder. Ich gebe mir Kontrollverlust. Und die ganze Zeit wieder am saufen. Bisschen unsecure. Würde ich. Würde ich hier nie machen. Aber es sieht geil aus. Also ich muss schon sagen, da haben sie was Geiles gemacht mit Unreal Engine. Ich würde gerne auch da unten hin. Das sieht in einem Spaßzentrum aus. Ach komm. Oh, Zett. Man ist ein Klassiker. Ein wirklich Profesional. Er will fix any machine you bring in. As long as you're not picky about where the parts come from. Und? Man ist... Another Starless Night. No surprise there. This much air pollution. Every night's Starless. Oh, fucking disgusting. At night they ventilate the ground floor plants. They say it's necessary. Necessary to dump even more pollution into the air. Fuckers. Ja, unser Auto schaut auch nicht mehr so gut aus. Okay. Liebe Leute. An der Stelle werde ich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. So für euch gefallen bis jetzt. Bis dahin. Wünsche euch was. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.